Eine Biosphäre ist ein geschlossenes System mit Pflanzen und Tieren und eine Atmosphäre darin. Wir waren Pioniere. Wir waren die ersten Biosphärenbefohner. Acht Wissenschaftler werden in Kürze in einem achtstöckigen luftdichten Terrarium eingeschlossen. Die Streitereien machten es uns als Gruppe unmöglich zusammenzuarbeiten, um unsere Ziele zu erreichen. Es gibt Berichte, denen zufolge die Mitglieder der Kommunen an seltsamen Kostümritualen teilnahmen. Ich denke, dass John L. paranoide Wahnvorstellungen hatte. Das Projekt lief schlecht. Da passierte etwas sehr Mysteriöses, ein plötzlicher Anstieg des CO2-Nemors. Wir erstickten und hungerten. Ich hatte große Zweifel. Unser Stück handelte davon, dass alles, was in der Biosphäre schiefgehen konnte, auch schief ginge. Da ist diese Kapsel voller Leben von der Erde. Ich fand toll, dass es Science-Fiction war, aber eben in echt. Das ist ein unglaublicher Moment. Die Zukunft beginnt jetzt.